Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach sowohl über das Handy als auch über den PC bei Klana Rücksendung von Artikeln anmelden könnt und sozusagen eure Artikel stornieren könnt. Das Ganze ist relativ einfach und zwar müssen wir uns dafür erst einmal hier einloggen in Klana, dann Login für Kunden und dann kommen wir hier hin. Beim Handy müsst ihr dann einmal unten in dieser Leiste auf den zweiten Reiter gehen und zwar auf Einkäufe. Hier sind wir beim PC jetzt schon angekommen, wenn wir uns eingeloggt haben und dann können wir hier auf Retouren und Rückerstattung draufdrücken und hier sehen wir dann in Bearbeitung und abgeschlossen und hier können wir nun eine Retoure anmelden. Das heißt, wir können unsere Artikel wieder hier zurücksenden und im Prinzip so unser Geld zurückbekommen und die Bestellung stornieren. Genau, mehr müsst ihr gar nicht machen. Wie gesagt, wenn ihr hier eine offene Bestellung habt, dann wird die hier sein und ihr könnt das ganz einfach zurücksenden. Wichtig ist, ihr könnt das höchstwahrscheinlich erst dann machen, wenn das Paket schon da ist, weil manchmal ist es so, dass das Paket schon im Versand ist, dann kann das erstmal noch nicht zurückerstattet werden. Dann müsst ihr erst warten, bis es da ist. Falls das Paket noch nicht versandt wurde, noch nicht gepackt wurde oder ähnliches, dann kann es sein, dass ihr das direkt noch schnell stornieren könnt, wenn ihr da vielleicht auch noch den Händler dann anschreibt. Ihr könntet nämlich auch noch rein theoretisch einmal hier zurückgehen und hier unter Bestellung alles anzeigen drücken und dann könnt ihr hier eventuell noch etwas stornieren oder im Prinzip direkt per E-Mail oder über die Händler-Webseite, wenn das Ganze geht. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, falls ja, sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen, würde mich extrem freuen und dann würde ich sagen, das war es jetzt von mir und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.